Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Standard Gaming und wie ihr hier schon findet könnt. Ein sehr interessantes Spiel, was ich auch einfach mal spielen wollte. Und ich will sagen, wir legen auch direkt los. Ich muss mich auch fortsetzen und fahren dann erstmal. Alles klar, wir sollen jetzt hier irgendwie Tests machen. Ich hoffe mal, dass die Musik keine Kopfhörerlösung ist. Warte. Zaun. Aus. So. So. Ah! Drücke, die Lerl hast du in den Gnit-U. Ups. Oh. Hey, ich weiß gar nicht, was die jetzt ehrlich gesagt machen muss. Schockwelle verpasst. Ein riesen Geschwind. Wenn die Nitro-Liste voll ist, drücke zweimal auf, wie wäre das? Und man... Oh. Jo. Raun. Gute Spieler gewinnen. Rennen. Großartige Spieler brechen Rekorde. Legenden bestimmen die Regeln des Spiels. Okay. Oder es ist lauter als weiß nicht. Nein, das ist ein bisschen leiser, Mann. Ähm. Glückwunsch. Das ist diese Karte. Okay. Glückwunsch. Gut gemacht. Ja. Das sieht schon nice aus, muss ich sagen. Aber... Vielleicht auch. Weiter. Ähm. Ähm. Ich heiße... Stumdog Gaming. So. Kommt. 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 Geht. Noch mal. fears, haja. Ja. Ich weiß, dass doch... Ähm. Da habe ich irgendwas. Ein Auto habe ich. Genau. Wenn ich jetzt auf den Shop drücke. Upgrade. Okay. Das geht nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen da auch direkt mit dem Rennen. Können wir endlich rauskommen, danke. Spielen, let's go. Ähm, wir müssen das machen, okay. Ja. Okay, wenn nicht, krieg diesen Bimweh anscheinend. Den hier. Hier kannst du die, bla 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 bla. Brauche ich alles nicht, wir fahren einfach. Ich glaube, es ist jetzt tatsächlich ein Rennen. Ist ja nicht so, dass es hier auf Verstande gerade ist. San Francisco, da. Fahr in Position 3 oder besser durch das Ziel. Ich muss mindestens Position 3. Oh, mein Packauto. Durch das Düften wird eine Nitro-Leiste aufgefüllt, okay. Ja, ich kann nicht entwürfen. Ich weiß nicht, ich hab den verpasst. Ach Mann, ich verpasst die ja alle. Ich bin erster, Jumel. Ich bin erster, Jumel. Ich hab um eigentlich gerade erster geworden. Warte, wir gucken uns das jetzt mal an. Ich will das mal angucken, wie ich gerade gefahren bin. Guck mal, er ist so richtig kacke, Junge. Warte, gleich kommt der hier raus. Gleich verkackt, ja. Warte. Okay, weiter. Weiter. Das heißt, ich müsste jetzt den BMW bekommen haben. Ja, da ist er doch. So. Ich muss hier kurz was gucken. Was gibt's noch jetzt? Ja, okay. Weiter. 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 Äh. Aber da geht auch so um die Blaupause. Achso. Geht das noch nicht. Dann nehmen wir einfach den hier. Ja, spielen. So. Wieder in San Francisco. wieder in die position 3 drücke zweimal mal den runterfall oder es war ich hier gerade jeden aus Den muss ich auch noch raus. Ah, ich glaube, das führt nicht. Ah, ich bin dritter. Okay, aber ich habe es noch geschafft. Ich habe es noch geschafft. Achso, ich muss... Ah, ich weiß wann ich das jetzt bin. Okay. Nice. So, drei. Geht bis sechs, das denke ich. Genau. Jetzt sind wir drei. Weiter. Dann nehme ich den hier natürlich, ne? Hm, und spielen wir auch weiter. So, jetzt sind wir in... was weiß ich wo wir sind. Himalaya. Keine Ahnung, wie man das nennt. Leute, bitte lacht jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich fahre in Position drei oder sechs. Also ich ziele. Man kennt ihn. Eins. Eins. Ich mache, wie man das nennt. Ich komme. Es ist das nicht. Es ist das nicht? Tut mir wird es, was der ist. Es ist das nicht. Es ist das nicht. Und das ist das nicht. Ich habe es geschafft, Bruder, ich bin einfach Erster geworden, Schatt. Bruder, das war ja gerade die einfachste Runde der Welt. Braum. Ungewöhnlich, Nistham, okay. Ähm, jetzt kann ich 4. Wo ist denn der Nistham hier eigentlich? Ja, ist der Nistham. Aber den kann ich noch nicht fahren, er ist nicht. Hier die ganzen Teile voll auf. Den BMW habe ich bald. Weil ich kriege mit dem BMW tatsächlich noch in dieser Folge, meint man? Na ja, Rang, Distanz. Verbessere auf Stufe 1, okay. Schleunigung, Entliegen, okay. Wie viel Geld habe ich? Ach, 20.000. Ich verbessere jetzt erstmal auf Stufe 1. So. Warte, kann ich mir eigentlich auch Autos kaufen? Warte mal, muss doch auch irgendwie Autos kaufen. Können können, oder nicht? Mal den Weg zurück. Noch mal zurück. Noch mal zurück. Hier. Päreswiesen. Ach so, das ist das. Ah. Okay, das ist tatsächlich das. Und dann die Autos. Okay, wenn ich jetzt hier das haben will, geht's noch nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir noch mal eine Runde. Das. So. Weiter. Hier. Hier. Spiel. Starten wir noch eine Runde. Let's go. Okay. Ist wahrscheinlich wieder das gleiche. Einfach wieder Dritter zu sein. Farien-Position 3 oder besser durch. Ah. Ah. So. Ich hab zu spät mein Scheiß. Ich muss nicht rein. Oh. Oh. Okay. um nutze perfektes Warte, bis die Nähe im blauen Bereich ist. Scheiße, hab ich selbst in die Luft gejagt. Ja, okay, ich schaff's glaub ich noch nicht. Ja, ich hab's ganz knapp geschafft, ganz knapp. Ja, kacke. Kacke. Mann, das ist so kacke gewesen. Ja, aber ich muss sowieso die Aufgabe machen. Leute, wenn's euch gerne hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Ich werde auf jeden Fall dieses Spiel weiterspielen, weil das macht ultra Bock, dieses Spiel. Ähm, das ist so ein nice Spiel. Ich hab das früher immer auf dem Handy gespielt. Das ist so nice, ähm, ja. Also, wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch supporten. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt jetzt noch einen traumhafen Tag, haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.